Knock, knock, knocking on heavens? Door. Wie spät? Zwölf. Instagram ist für mich? Tagesbeschäftigung. Warum? Zeitvertreib. Hast du einen Spitznamen? Flo. Wo kommt der her? Abgeleiteter Name. Was kann Stefan Kunz besser als andere Trainer? Die Mannschaft mitreißen. Der krasseste Ort, an dem du je warst? New York. Warum? Überragende Stadt. Wurdest du schon mal mit jemandem verwechselt? Ja. Mit wem? Vorhin von mir. Wenn du getrunken bist, dann? Macht Spaß. Warum? Neben Fußballer in einer Blase? Die meisten. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Boah, lange her. Wenn ich morgens aufwache, dann? Gehe ich auf Instagram. Das Saarland liebe ich, weil? Äh, sehr geborgener Ort. Wenn dein Sohn kein Torwart wird, dann? Wird der Feldspieler. Vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da und für das nächste Video klickt irgendwo hier. Sehr gut.